Hallo, das ist erst eine Woche alt und funktioniert schon nicht mehr. Das ist doch das veraltete C-448er. Lohnt nicht mehr. Keine Updates. Und deshalb habe ich hier für Sie das neue C-449. Nur für kurze Zeit und nur für Sie. Danke. Übrigens, wir haben gerade das C-450er reinbekommen. Jetzt gehen Sie nochmal zu meinem Kollegen und lassen sich beraten. Ach, ich verstehe schon. Und hier ist schon das neue Modell. Viel Spaß dran. Das C-451, das haben wir auch. Die Wolken leuchtet so stark wie dieses wunderbare Handy. Ist das nicht fantastisch? So, 5,84 Zoll. Nicht nur du zahlst teuer für dein Handy. Du kaufst mehr, als du denkst. Es ist egal, wie schnell sie rennen. Wenn sie zu Hause sind, ist das Ding eh von gestern. Reduziere, repariere, recycle.